Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ein Kerl mit grauem Haar kommt raus Wir glotzen in den Auto Atlas rein Er zeigt mir einen leeren Fleck Dann im Laporta Dialekt Läht er mich zum Abendessen ein Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Nun bin ich wieder auf der Piste Immer Richtung Ostküste Hab jetzt auch die genauen Koordinaten Schon bald werde ich euch finden Meine Autobombe zenden Man soll der Welt ja nützen und nicht schaden Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017